Seltsam Ich dachte immer, ich sei der seltsamste Mensch auf der Welt. Aber dann dachte ich, es gibt so viele Menschen auf der Welt, da muss es doch jemanden geben, der genau wie ich ist und sich genauso seltsam und fehlerhaft fühlt wie ich. Ich stellte mir vor, dass es dich gibt und dass du da draußen auch an mich denkst. Nun, ich hoffe, dass du, wenn du da draußen bist und dies hörst, weißt, dass es stimmt, dass ich hier bin, dass ich genauso seltsam bin wie du. Ich battere, dass es sich sehr b乾 nach dem Sonorten aktualisiert. Denn mit dem Saison der Zeit